In dieser Lektion möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in InDesign Farben anlegen bzw. in welchem Farbmodus Sie Ihre Farben nutzen können. Farben beginnen grundsätzlich erstmal immer mit einem neuen Dokument. Dort wählen Sie schon aus, in welchem Farbsystem Sie sind und zwar hier beim Zielmedium. Das Zielmedium, je nachdem ob es Druck oder Web bzw. digitale Veröffentlichung wird, ist dann vorgegeben. Beim Druck ist es CMYK, also Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Beim Web und digitale Veröffentlichung, da diese Medien dann auf dem Bildschirm dargestellt werden, sei es nun ein Tablet oder ein Desktop-Bildschirm, sind in RGB, also in Rot-Grün-Glau. Wir bleiben erstmal bei CMYK und können dann aber auch zwischen den Farben hin und her springen. Bei einem Standarddokument ist es so, dass bestimmte Farben schon vorhanden sind. Diese Farben lassen sich finden hier unter Fenster, Farbe, dort gibt es das Bedienfeld Farbe und Farbfelder und Verlauf. Mit diesen drei Werten können Sie Farbfelder definieren. Die holen wir uns jetzt mal alle hier raus, damit wir die alle auch gleichzeitig sehen können. Sie sehen, bei einem neuen Dokument haben Sie bestimmte Farben immer drin. Das sind diese Farben hier, angewendet von Gelb, Cyan und so weiter. Bis hier unten, das sind Farben, die schon vorgegeben sind. Das heißt, Dokumentfarben, die hier schon mitgegeben worden sind mit diesem Dokument, was ich als Beispiel schon mal für Sie erstellt habe. Und was Sie halt auch sehen an diesen Farbfeldern ist, ob diese Farben CMYK-Farben sind, ob sie gemischt werden oder ob es Bildschirmfarben sind, also RGB-Farben sind. Grundsätzlich ist es so, dass Druckfarben, also Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz, hier dargestellt werden als sogenannte Prozessfarbe. Das sieht man an diesem grauen Kästchen hier. Das ist eine Prozessfarbe und dahinter halt das Farbsystem, das es dann in CMYK ist. Hier unten sehen Sie auch zwar eine Mischfarbe, eine Prozessfarbe, die wird dann auch gedruckt, aber da sie in RGB ist, heißt es noch lange nicht, dass diese Farbe, die am Bildschirm gezeigt wird, dann auch wirklich druckbar ist. Wie kann man jetzt nun Farben erstellen? Dazu gibt es nun mehrere Wege. Entweder ich gehe hier oben hin und sage Farbe möchte ich nun in CMYK anlegen, fange hier unten an, einfach eine Farbe mir rauszupicken und kann das Ganze mir dann zurecht mischen. Wie Sie sehen, zum Beispiel hier 40 auf 100 und kann nun einen Rahmen erstellen. So sehen Sie sofort, dass die Flächenfarbe gefüllt ist und die Konturfarbe ist jetzt schon auch vorgegeben, dadurch, dass ich das hier in diesem Farbfenster schon enthalten hatte. Möchte ich nun die Konturfarbe verändern, kann ich hier auf Kontur klicken und kann zum Beispiel sagen, eine Konturfarbe möchte ich nicht, klicke ich einfach auf Ohne. Dann gehe ich wieder auf die Flächenfarbe, also einfach Klick hin und her. Das gleiche passiert hier auch links in der Werkzeugleiste, da können Sie auch zwischen Flächen- und Konturfarbe wechseln. Dann wird das Ganze angezeigt. Diese Farbe, die wir jetzt erstellt haben, ist jetzt eine spontane Farbe, bedeutet also, dass ich sie nur für diesen Rahmen angewendet habe. Ich könnte jetzt einen zweiten Rahmen noch machen, wo ich es ein bisschen heller mache. Oder einen dritten Rahmen, der dann nicht so gelb ist, so ein bisschen pastellig. Also habe ich jetzt hier drei Rahmen, die schon Farben enthalten haben. Wenn ich jetzt nun diesen Rahmen an mehreren Stellen verwende und möchte jetzt generell diese Farbe korrigieren, möchte die ein bisschen grüner machen, dann sehen Sie, dass das Ganze nur an dieser Stelle passiert. Damit diese Farbe eine Farbe ist, die ich auch an vielen Stellen meines Dokumentes, meiner mehrseitigen Broschüre verwenden kann und dann auch im Nachhinein verändern kann, dann muss ich diese Farbe hier in die Farbfelder hineinziehen. Sie sehen, es erscheint ein Pluszeichen. Die Farbe ist nun erstellt und muss die anderen drei Rahmen auch vorher markieren und sagen, die Farbe ist jetzt nun verknüpft mit meinem Farbfeld. Und Sie sehen, hier oben hat sich das Ganze nun auch geändert. Die Farbe ist jetzt nun verknüpft. Was bedeutet das? Ich kann jetzt auch im Nachhinein die Farbe ändern und das mache ich jetzt nicht mehr hier oben mit dem Farbebedienfeld, sondern mache einen Doppelklick auf die Farbe selbst, habe hier auch meinen Vorschau, damit ich das Ganze auch direkt sehen kann und kann die Farbe generell ändern. Und Sie sehen, das ändert sich an allen vier Rahmen, wo diese Farbe verwendet worden ist. Auch meine Empfehlung an Sie, geben Sie dieser Farbe einen Namen. Das können Sie natürlich jetzt auch als grün bezeichnen. Nur die Erfahrung sagt, manchmal verändert man die Farbe grundsätzlich, dass man sagt, ich möchte gar kein Grün haben, sondern ich möchte eine Hintergrundfarbe zum Beispiel haben, die sich aber dann auch komplett verändern kann. Also dass ich sage, das ist gar nicht grün, sondern das soll eher was Oranges sein oder Blaues sein etc. Also die Möglichkeit gibt es. Hier nochmal ganz kurz, beim Farbtyp sind wir eine Prozessfarbe, bedeutet, dass diese Farbe in CMYK aufgeteilt wird. Das sieht man hier am Farbmodus und hier sind noch weitere Elemente, da komme ich aber gleich zu. Die Farbe kann ich also nun jeglichen Elementen hinzufügen. Das heißt, ich könnte auch diesem Logo sagen, das ist die Hintergrundfarbe, was jetzt hier nicht so richtig passt, denn die Farbe ist eigentlich hier die KDT-Farbe und dann ist das direkt gefüllt. Möchte ich dem Ganzen nun eine Kontur geben, dem Logo hier zum Beispiel, dann klicke ich hier auf die Kontur und definiere dazu eine Farbe, wie zum Beispiel schwarz und kann das Ganze auch von der Strichstärke her verändern. Die Farben kann man nun auch per Drag & Drop platzieren, also wenn Sie sagen, hier die Schrift möchte ich direkt mit einer Farbe belegen, dann kann ich das Ganze einfach, indem ich es draufziehe oder direkt auf den Rahmen ziehe und Sie sehen, das Ganze wird mit einer Hintergrundfarbe belegt. Das passt jetzt natürlich nicht so sehr, darum gehe ich wieder zurück, klicke den Rahmen an und wenn ich das Gesamte markiere, also den Text markiere hier und sage, die Farbe soll nun dieses Rot bekommen, dann wird das auch auf den Text angewendet. Nutzen wir also nun mal unsere Rahmen und platzieren sie mal in unserem Layout. Das heißt, ich lege das Ganze auch mal nach hinten und möchte die Hintergrundfarbe doch ein wenig anders haben, eher in diesem Ton. Dann hier die Textfarbe möchte ich ändern. Das kann ich hier auch bei den Farbfeldern direkt verändern. Das heißt, wenn ich einen Textrahmen habe, kann ich wählen zwischen der Flächenfarbe und der Textfarbe und der Textfarbe. Hier an der Stelle möchte ich die Textfarbe ändern und Sie sehen, das korrigiert sich sofort. Wenn ich jetzt die Flächenfarbe wählen würde, würde das passieren, das möchte ich aber nicht an dieser Stelle. Nun habe ich hier ein paar Farben definiert. Ich könnte jetzt ein paar Farben auch hier rauslöschen, die ich gar nicht brauche, weil Organisation ist beim Layout auch etwas Wichtiges. Sie sehen hier im Bedienfeldmenü sind verschiedene Funktionen dargestellt. Ich kann also jetzt hier sagen, alle nicht verwendeten auswählen, damit ich sehe, welche Farben zu viel drin sind und die lege ich direkt in den Papierkorb. Dann wird das Ganze direkt hier gelöscht. Diese Farbe Text 2, die ist meiner Ansicht nach überflüssig. Die lösche ich auch und dann wird mir auch sofort gezeigt, mit welcher Farbe ich das Ganze hier austauschen soll. Das mache ich mit dieser hier. Außerdem kann ich hier auch Farbtöne angeben, zum Beispiel wenn ich dieses hier auch wieder mit diesem Rot definiere, aber eigentlich gar nicht dieses Rot so kräftig haben möchte, sondern ein bisschen heller haben möchte, dann gibt es die Möglichkeit, das auch mit einem sogenannten Farbton zu machen. Das ist hier oben dieser Bereich und kann zum Beispiel sagen, das hätte ich gerne in 60 Prozent, sagen wir lieber 80 Prozent, ein wenig heller, nicht so dominant und damit ich diesen Farbton auch immer wieder verwenden kann, Sie sehen, der ist jetzt auch hier oben unter Farbe angezeigt, ziehe ich den einfach per Drag & Drop hier runter und Sie sehen, jetzt habe ich hier 80 Prozent als Farbton und kann das an anderen Stellen genauso anwenden. Ich kann sogar im Nachhinein die Farbe, den Farbton verändern. Sie sehen, das Ganze wird dann auch hier mit korrigiert und ich kann sogar das Rot direkt mit ändern und kann das ein bisschen kräftiger machen. Sie sehen, an dieser Stelle sind die Farben miteinander gekoppelt. Das ist ein Farbtonwert von dieser Hausfarbe. Das ist ein Farbtonwert von dieser Hausfarbe. Das ist ein Farbtonwert von dieser Hausfarbe. von dieser Hausfarbe.